Er lag im Wohnzimmer, zerstückelt, der Torso noch bekleidet, Kopf und Arme abgetrennt und in Taschen gesteckt. Daneben eine elektrische Säge. Am Dienstagnachmittag wurde die Leiche des IT-Unternehmers Fahim Saleh in seinem Millionen-Dollar-Apartment in New York entdeckt. Salhets Schwester hatte sich gewundert, warum sie ihren Bruder nicht erreichte. Dann machte die junge Frau die grausame Entdeckung. Die Polizei sicherte stundenlang Spuren in der Wohnung. Überwachungsbilder sollen zeigen, wie ein dunkelgekleideter Mann mit Handschuhen und Maske kurz nach Saleh in den Fahrstuhl steigt. Das berichten US-Medien unter Berufung auf Polizeiquellen. Auch vom Angriff selbst soll es Bilder geben. Die Beamten fahnden jetzt nach dem Mörder des Tech-Millionärs, bislang ohne Erfolg. Fahim Saleh hatte als Gründer und CEO von Gokanda, einer Motorrad-Mitfahrtzentrale in Nigeria, sein Geld gemacht. Das Luxus-Apartment in Manhattan soll er laut The Daily News erst 2019 gekauft haben. Der stolze Preis 2,25 Millionen Dollar. Ob aus der Wohnung etwas gestohlen wurde, war zunächst nicht bekannt. Auch das Motiv ist noch völlig unklar. Untertitelung des ZDF, 2020